Jetzt sagen Sie nicht, jetzt ist schon wieder Dienstag. Na, haben Sie heute auch schon zum Teufel gebetet? Wie ich da jetzt wieder drauf komme? Na, das habe ich von diesem neuen, sympathischen und bescheidenen Mann an der Spitze der katholischen Kirche gelernt. Der hat gesagt, wer nicht zu Gott betet, betet zum Teufel. Und da hilft es Ihnen gar nicht, wenn Sie weder an den einen noch an den anderen glauben. Stelle ich mir schön vor, so ein Leben auf einem ganz eigenen Planeten, wobei es ja nur ums Beten geht. Also ums Reden und nicht ums Handeln. Wer zu Gott betet, darf er durchaus Geschäfte mit dem Teufel machen. So wie die Vatikanbank. Da wird auch jeden Morgen gebetet. Unser tägliches Mafia-Schwarzgeld gibt uns heute. Bin ja sehr gespannt, ob Ihr neuer Chef als Anwalt der Armen diese Geldschneider ins Gebet nehmen wird. Aber es wird wohl so sein, dass die Vatikanbank systemrelevant ist. Da kann man da nichts machen, außer beten. Und manche Bitten werden ja auch erhört. Als im Konklave ein brasilianischer Kardinal dem frisch gewählten Papst ins Ohr flüsterte, vergiss die Armen nicht, müssen den Euro-Rettern in Brüssel die Ohren geklungen haben. Mensch, jetzt hätten wir fast vergessen, bei der Rettung Zyperns auch die Armen zu beteiligen. Zumindest die Armen im Geiste, die den Beteuerungen von Frau Merkel geglaubt haben, dass die Sparguthaben unangetastet bleiben sollen. Nein, in Zypern sollen jetzt genau jene Finanzprodukte unangetastet bleiben, in denen die Reichen samt Schwarzgeld-Mafia ihr Geld investiert haben. Zur Kasse gebeten werden sollen diejenigen, die ihr mühsam Erspartes auf Girokonten und Sparbüchern bis 100.000 Euro sicher wähnten. Wie sagt der Börsenpapst Warren Buffett, Ja, es herrscht Klassenkrieg, aber es ist meine Klasse, die Klasse der Reichen, die Krieg führt, und wir gewinnen ihn. Alles andere wäre ja auch ungerecht, denn den Armen gehört doch schon das Himmelreich. Und sind sie selig, die Armen, wie es sich gehört? Nein, sie sind wütend, weil sie ahnen, dass sie doppelt verarscht werden. Denn neben dem Gebet ist laut Papst Franziskus das Wichtigste die Barmherzigkeit. Wie sagt er, Gott wird nicht müde, uns zu vergeben, Wir werden nur müde, um Verzeihung zu bitten. Und so können die Reichen ihre Kriegsgewinne auf Erden sorglos genießen, denn sie kennen den Trick, der das Kamel durch das Nadelöhr gehen lässt. Man muss nur am Ende aufrichtig um Verzeihung bitten. Teufel aber auch. Bis neulich. Die Dorthin Die Dendung Die Dendung Dezüge